Meine Höhepunkte, also ich weiß nicht, ob man das als Höhepunkt bezeichnen kann, aber ich habe mich ja im Marketing spezialisiert und da sollten wir einen Marketingplan erarbeiten. Und das Gute war einfach, dass man nicht nur einen theoretischen Plan erarbeitet hat, sondern am Ende alles, was man gemacht hat, auch in die Praxis umgesetzt wurde. Das war damals für das HTW Motorsport Team, da haben wir die Budgetplanung gemacht, wir haben Werbemaßnahmen entwickelt und am Ende dann einfach zu sagen, wow, das wurde jetzt alles umgesetzt, das war wirklich so ein prägendes Erlebnis im Studium.